Herzlich Willkommen zum leuchtenden Pilzerwald mit euren drei von der Tankstelle und zwar Hackbart, Rockabocker und mit dem Crunchcow mit Golf with your friends. Was bildet sich das Spiel eigentlich ein mir zu sagen wer meine Freunde sind? Ja das verstehe ich auch nicht. Eigentlich gleich wieder löschen. Das geht so nicht. Wir werden das gleich mal löschen das Spiel von der Festplatte. Der Rockbox hat die Sprache verschlagen. Ich glaube wir wissen alle warum. Gerade eben ging die Sirene an. Genau. So da gab es noch mal das geheimle Trickle. Das war echt zu viel zu dem Trick. Ich weiß nicht was ihr habt alle. Das war Hackbart Urschrei. Sergi du weißt schon wo das Loch ist oder? Ah ja sehr gut. Ja. Hallo. Ich möchte dir diesen Teppich nicht kaufen. Aber immer noch beim zweiten Schlag kein Hole in One. Slow clap. Jetzt kommt Boki Sleeping Smip. Machen wir doch gleich. Ich bin drin. Ey du bist so ne fiese Socke. Wie kann man das mit an... Ich auch. Wie kann man das mit anlaufen? Mit Skill Boki. Mit Skill. Mit Skill. Äh äh Entschuldigung. Wer sind hier die Killer? Killer, Killer am Arsch. Oh. 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 Wie aufregend. Zum Glück wir haben ne Aufnahme davon. Oh nein. Ich würde hier gern mal was ausprobieren. Oh. Oh oh. Absturz. Klumps. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Oh. Naja. Ist aber machbar also. Ich hab's doch auch schon mit einmal geschafft bei der letzten Aufnahme von diesen Dingen. Jaja. Das war natürlich mega lucky ne. Aber... Oh nein. Jetzt wenn er auf der anderen Seite landet, ist das scheiße. Und wenn Boki immer wieder Boki ist, ist zwar ein Loch ne, aber ist das Falsche. Nein. Oh. 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 Oh jetzt ist er draußen geblieben ausnahmsweise immer. Das ist echt so ne Drecksmapper. Oh danke Gott. Ich dachte die davor war doof. Aber die ist ja auch doof. Was ist denn da? Oh oh. Unscheiß. Bleib 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 bleib. Der ist durchgeglitscht. Der wäre nicht abgesunken. Versuch's doch mal ein bisschen weiter links. Oder rechts. Oh guck mal. Das sieht gut aus. Jetzt kannst du das als Sprungschanze benutzen. Ja so kann man das natürlich auch machen. So geht das auch. Trotzdem bin ich 18. Ist ja voll assi. Assi? Assi. Was war das denn? Was war das denn? Das ist doch voll gebackt hier. Ja und ihr springt natürlich rüber. Na klar. Was dachtest du denn Junge? Ich auch. So. Habt ihr davon. Oh nein. Oh nein. Ich hab außer Seen gedrückt. Es war so grob. Entschuldigung. Wo geht's hier lang? Der Nubnubzug nach Pankow. Der Nubnubzug nach Pankow. Nubnubzug nach Pankow. Ach ja. Ja genau. Total toll. Das macht mich doch fett ey. Mach doch mir wieder alles nach. Oh. Ich dachte mir wie ist es denn so. Also mal. Ich fragte mich ja auch wie ist es denn so wenn man hier mal so lang geht. Zack. Sind wir dran. Ja also ich mach dann heute mal ohne euch weiter. Hey hey hey. Ich seh den Bein nicht mehr so. Okay. Lass mich raten siehst du den Weidfall auf der Bäume nicht? Äh 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 äh. Noob noob. Nein. Na ja wie ist er denn die Fahne gefunden? Also ist schon mal was. Ach ne. Ich glaub es wird demnächst der Nubnubzug hier durchs Bild fahren echt. Oh ne. Das war falsch. Echt? Der Wille war stark aber der Ball war schwach. Ach das war doch dieser Scheiß. Oh nein der Vulkan da oben ey. Ah ja das ist dünner. Du kannst ja verkacken hier wieder. Bin drin. Ja ich komm mal. Du bist so ein Angeber. Ich folge dir. Ja komm rein hier. Hier ist es kuschelig. Kuschelig Mann! Wir schauen einfach mal nochmal den Besten oder der Besten der Besten zu Sir. Oh der war ja lucky. Das war ein Prostglück. Das war Prostkill. Ich weiß es. Prostkill. Der Prostkill. Ich nehm die goldene Mitte. Koste was ich wolle. Okay war schon mal falsch. Echt? War schon falsch. Nicht die Mitte. Ach wartet mal. Ich glaub ich mach das ganz anders. Ja ich auch. Das haben wir öfter schon mal probiert mit den Dingern ne? Ja. Aber da haben wir glaube ich nie rausgefunden woran es jetzt schlussendlich war. Woran es jetzt schlussendlich lag. Bin bei der Fahne. macht. Da kannst du die mit einem Mal erreichen. Hier, guck mal. Das ist irgendwie so ein Kohl, ey. Das ist nicht der Kohl. Cool, ey. Oh, 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 oh. Und tschüss. Grüß' schön. Oh nein. So, ich bin da mal drin, ja? Ja, das ist cool. Jetzt will er mal richtig einen raushängen lassen. Oh, killer. Der war wirklich knapp. Zack. Lass mal richtig einen raushängen. Jawoll. Jawoll. Der war klasse, Kai. Man muss immer so gucken, wie die Maps mal waren. Man vergisst das immer so schnell. Welches Loch? Weiß man selber nicht irgendwie. Ich glaube, das ist eher so eine Glückssache. Ah, leck mir doch viel. Ich bin dann mal drin. Ich bleib auf jeder Ebene stehen, was? Ja. Ich bin, ich glaube, eine bin ich durchgefallen. Vorbei. Wir können auch links und rechts spielen. So ist es jetzt nicht. Wir können auch, wir können auch, oh Gott, Bucky. Der war kacke. Der war mal richtig kacke. Tchadam. Na ja. Na ja, du. Ist nicht so schlimm. Das ist halt so. Kann man ja machen. Klar, Hauptsache, du gewinnst. Das war das ja schon wieder, ne? Oh, das ist das mit den, ich mach mal durch Zufall irgendwo durch. Was ist da das denn? Der hat mein Grausgleich bei mir. Killer! Whole in one! Ist das ein Assi, ey. Ich bin über links gegangen. Schon immer gewesen. Was? Klatsche ich gleich. Komm mir gleich durchs Mikro, du Arsch. Komm mir gleich durchs Mikro, du Arsch. Ich schicke dir gleich den Noob-Noob-Zug vorbei, ey. Das ist für die italienische Mafia, die ich erst an die Wand klatscht. Das sind meine besten Freunde demnächst. So sieht es ja aus. Happy Tree Friends sind das, ey. Oh, oh, oh. Ich bin fast drin. Noob-Noob. Das ist ja blöd. Ich habe einen Baumstamm vor meinem Gesicht. Vor meine Gesichter. Vor meine Gesichter, ey. Ich sehe den Baumstamm. Ach, schade, ey. Ich hätte fast einen Birdie geschafft. Ich sehe nichts da. Ich habe diesen blöden Baum nicht vor mir gehabt. Irgendwie den blöden Baum nicht. Oh, Mann. Bäume sind deine Freunde. Streiche sie und hab sie gern. Genau. Wo ging das jetzt hier nochmal lang? Ich glaube, da musst du dann... Den Baumstamm runterfallen, glaube ich. Nein! Nicht? Mir war so. Aber eigentlich ist es scheißegal. Du müsstest eigentlich die Löcher... Oh, der war ja wieder genial. Wo sind denn die Bälle hier? Ja, Bälle? Plumps, 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 plumps. Ich dachte immer, ähm, hier... Man müsste eigentlich schaffen, über die Bande so zu spielen, dass man dann da hinten runterkommt. Also durch dieses Loch im Fass hinten kommt. Richtig. Aber... Pff, ne? Ja. Noob, noob. Noob, noob. Ey, was mache ich, Idiot, natürlich? Hier außenrum. Warum machst du denn so was, ey? Ja, fall doch noch runter, du Idiot. Oh, das war ein bisschen... So, äh, schmoren. Oh, da bin ich ja mal sehr glücklich auf der Kante aufgekommen, gerade, ey. Ja, hab ich gesehen, sah aber cool aus. Hat mich nur Angstschweiß versetzt, aber sonst... Und der Noob nur... Gib Gas, gib Gas. Na! Oh, das war ein Bank, hast du gesehen. Das sah aus, als wenn du durchs Holz durch bist, ne? Echt? Voll Laser, wie du abgibst. Bei mir sah es aus, wenn es wäre echt drüber, aber gut. Voll Laser, genau. Ach, der Mist. Oh. Oh, oh, oh. War richtig? Oh. Oh. Oh, nö. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Oh, so. Boing. So, oder? So müsste das in etwa... Nein! Nein, zu doll. Mit der Scheiße, mit der Scheiße hier. Krieg ich ja einen Raster. Bocci ist inzwischen auch schon mal oben angekommen, aber rollt langsam vor sich hin. Macht dir gemütlichen. Ja, Bocci hat das immer so, mit diesen langsamen Rollen. Er will das Spiel so ein bisschen in die Länge ziehen, damit wir nicht immer nach sechs Minuten gleich haltet sind. Und zack, hier mal Musik und alles gesperrt. Ja. Entschuldigung. Das hilft nicht. Was bringst du deinem Sohn bei? Nur das Böse, ey. Naja, lieb kann ja jeder. Ihr wisst doch, nur auf der dunklen Seite gibt es Kekse. Haha. Und Schatten. Schatten ist derzeit sehr wichtig. Ach, das war das Ding. Könnt ihr euch daran erinnern? Ach, ins Wasser rein, oder? Ja. Das ist auch nicht lustig. Das ist nicht lustig. Everything is awesome. Wir verrecken wieder auf halber... Ja, warte. Ja, ja, wie immer. Bin ich aber auch. Oh, roll, roll, roll. Dass man aber auch immer so warten muss, bis der steht, ne? Das ist echt. Bis der sich eingependelt hat hier wieder. Ja, 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 ja. Oben bin ich, aber gleich wieder unten. Juhu. Die Achterbahn fahren mit mir hier zugucken. Ja. Ach ja, weißt du. Borgi, Borgi, Borgi. Nicht so doll. Also eins, etwas mehr als eins. Das passt, glaube ich, ganz gut. Nee, eins war es natürlich, Freund. Auf keinen Fall passt eins. Guck mal, wie das alles ist. Not. Müsste auch noch recht haben. Ach ja, ich erinnere mich. So, und jetzt Power, Baby. Äh? Power, Power, Power. Boah. Ich bin jetzt da durchgefallen. Und... Komm, 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 komm. Und... Power. Jawohl, 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 jawohl. Sag mal, wie fall ich denn da einmal raus? Ich weiß auch nicht. Wo wolle du hin, junger Mann? Ich bin mir nicht sicher. Ah, jetzt, okay. Irgendwie bin ich gerade zweimal irgendwie arg weggepackt. Hier sind voll die Glühwürmchen. Oder was soll das darstellen? Stimmt, oder? Nein! Nein! Oh, oh, jetzt braucht man eine Eisenbahn. Schuh, schuh! Das war der Nub-Nub-Zug. Aber ich mal... Verkackt Kai zum Schluss immer noch. Das könnte noch meine Chance sein, Erster zu werden. Yes! Ja, dann ist doch jeder von uns jetzt mal eine Runde Erster gewesen. Ja, in meiner Runde. Sehr schön. Das ist doch super. Das, finde ich, damit können wir das Ganze aber sein lassen. Das hat sich gewohnt, auf alle Fälle. Sehr gut. Auf jeden Fall. Dann bedanken wir uns bei euch. Wie ihr in der ersten Folge gehört habt, geht jetzt der Hackbad erstmal nach Italien. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich alle zu dritt erst wieder Ende August wieder. Ende August. Ja, ich denke noch. Ende August, Anfang September. Genau. Und dann sagen wir bis dahin. Bleibt uns treu. Lasst den Daumen oben da. Das heißt ja nicht, was ich sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschau.